Rhein bei Duisburg verletzte bei Schiffskollisionen Stand, 27.12.2017, 12.18 Uhr Seitenanfang. Auf dem Rhein bei Duisburg ist ein Passagierschiff gegen eine Autobahnbrücke gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Sicherheitsbehörden 27 Menschen verletzt, davon vier schwerer. Die Brücke auf der A42 wurde inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. Aus ungeklärten Gründen ist auf dem Rhein bei Duisburg ein Schiff gegen einen Brückenpfeiler, der Autobahn 42 geprallt. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 23 Menschen leicht verletzt, vier weitere mussten mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kapitän des Schiffes erlitt einen Schock und konnte noch nicht zur Unfallursache befragt werden. Möglich seien menschliches oder technisches Versagen, so der Polizeisprecher. Der Brückenpfeiler sei beleuchtet, die Sicht klar gewesen. Alle Schiffe seien mit einem Radargerät ausgestattet, das allerdings nur bei Nebel benutzt werden müsse. Zur Klärung der Unfallursache nahm die Wasserschutzpolizei Ermittlungen auf. Das Schiff rammte die Brücke frontal. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Autobahn gesperrt das Schiff wurde bei dem Aufprall am Bug beschädigt. Wie der Chef der Duisburger Feuerwehr berichtet, seien an Bord Tische aus den Verankerungen gerissen und Schränke umgekippt. An Bord der Swiss-Küstal befanden sich während des Unfalls 129 Menschen, sie stammten vor allem aus den Niederlanden, wie eine Sprecherin die Schweizer Redereiskela mitteilte. Ein zufällig vorbeikommendes Passagierschiff kam der havarierten Swiss-Küstal zu Hilfe und nahm die Passagiere an Bord. Alle Passagiere, auch die zunächst behandelt, wurden in den Schiff aufgerissen.